Und ich bin's Kira. Und ich bin's El. Let's go. So, guck mal was wir jetzt noch vom Himmel holen. Hm? Guck mal was wir jetzt noch vom Himmel holen oder auf den Boden zerschmettern. Ist der gestorben hier? M-m-m, der wird geheilt, den müssen wir halt beschützen mit dem Vieh. Muss dann nebenher laufen, der darf kein Damage nehmen. Höh, aber sind zwei Jungs. Den haben sie die ganze Zeit beobachtet, wo wir kämpfen haben, ne? Kommt ihr jetzt mit, der Junge? Ja. Macht den, macht der? Gar nichts. Der reitet auf den Vieh, müssen ihn schützen. Höh, der hat die ganze Zeit beobachtet, ne? Die ganze, aber der ist auch nicht ganz lang diesmal. Guck, das ist ein Leben und das muss man verteilen. Wenn wir aber diese Pflanzeeinsame, dann wird der aufgeheilt. Pff, einfach. Ja. Und wie das einfach sterben, weil der in der Zukunft kommt? Haha, das ist die mir schon fehl. Ja, der da auch zugeguckt, jetzt ist die Strafe von... Das ist so voll unkürzig machen. Wir sind sozial. Hm, sozial. Wir sind eher asozial. Hahaha. Ich mach den, mach den. Warum machst du jetzt? Ja, aber du machst manchmal andere Kombinationen. Warum weite ich nicht, denn die Frau ist komisch. Kommt gut. Guck so mal. Der läuft aber weiter, kann der stehen bleiben? Nein, der läuft weiter. Das ist dem scheißegal, aber gar noch nicht. Der läuft weiter. Hahaha. Der läuft weiter aus dem. Wurscht. Interessiert ihn nicht. Komm, kill den. Scheiß auf den. Scheiß auf den. Oh, der geht den. Scheiß, wo ist der? Ja, der hat genug genug. Scheiße. Da. Da. Scheiß auf den. Komm, okay. Der soll weiter gehen. Scheiße. Ich weiß, der. Okay, aber halt, weiter. Wir gehen jetzt hinfälle. Halt! Okay. Genau. Halt! 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 Das musste sein. Das war die Straße. Deine Schwester. Sag seinem Schwester ein Schlampe. Also. Halt! 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 Hey, du hast mir auch getroffen, dabei! Sieht ihr nicht so'n großen Ding, macht der erstes Geld? Was ist das? Du hast jetzt noch nie gesehen! Guck mal, die Tüte könnt ihr nicht aufhören, okay, ich bin nur Sniper! Du kümmerst dich um die Eintrieb und nicht um die Schuhe! Jaaa, komm Sniper doch! Schießt auf die Bombe, jetzt fliegt der Unterläufer, oder? Siehst du? Der ist eigentlich schon nicht tot! Sind da noch welche übrig? Von wo aus Schulen, oder? Siehst da und da! Komm mit! Da ist der Sniper! Oder? Ey, wo sind die? Mein Gott! Das ist keiner! Hauptsache die laufen so weit vor, ne? Weird! Da, da! Boah, ich schlapp hier für Steglern komm ich! Leider schon mal toll! Da sind die Zweier! Wir werden angemessen! Guck mal, sein Leben ist so wichtig, er meckert herum, aber wie irgendwas haben wir so, ist ihm scheißegal! Er will, dass wir sterben! Scheiße! Hinter ihm! Vorhin sind auch noch zwei! Ey, die feigen Ratten! Schnell weg hier! Scheiße! Schnell! 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 Reisen mit Leben! Schnell! 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 Oh! Oah! Oh! Ich muss noch mal! getötet, aber das was du wehrt, hat sich für das Teil ausgeschaltet. Die waren kaputt schon. Ja, ja, ich hab die da mit dem einen Teil ausgeschaltet. Nein. Geschafft, ey. Ja, alles geschafft. Wenn's nicht geschafft, kommt an die immer. Wir dürften bald ruhig sein. Also eigentlich, ob wir ihn abzetteln will. Durch? Nein, noch nicht ganz. Oh, ich glaub, das ist schwierig. Das heißt, der Ring einfach durch. Ja, die aber, der kann nicht durchlaufen. Boah, unsere Pfeile sind voll stark. Boah. Was hast du getan? Boah. Nö mal kacken, Junge. Pass auf, das können die auch nicht lockern. Guck mal. Schau. Wo ist denn das so? Der hat uns scheiß Robert alle Maschke kuckt. Jaaaa. Kaputt. Ja, nee, nur für kurze Zeit. Ja, so besser. Scheiße, schieß den ab. Oh. So. Ja, der kommt zu mir. Auch noch doppelt Dinges. Da wird hackt. Ich glaub dein Hamster fuhrerlich doch. So, komm. Ja, da oben ist noch einer. Oder ist der tot? Ja. 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 Ja, gut. Wo muss denn es gehen? Ach, scheiße. Der kann nicht laufen. Da oben. Ich kann nicht gucken, weil du da... Scheiße, schieß ja vor. Ja. So. 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 Noe. So, das ist. Boah, es ist immerhin ein Trevel. Oh, oh. Was denn? Der ist angeschlossen. Ja, wo? Hinten? Ja. Der Stier. Jetzt sieht ein Feind drauf. Gehör doch nicht. Ich schieß beide rüß nach vorne. Wir reichen nicht mehr. Hau ihn an, wir rennen hier und hau ihn. Schönen. Schönen wir vorne. Schönen wir vorne.